hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen aufnahme session von isolation letztes mal haben wir eigentlich nicht so wahnsinnig viel geschafft außer vielleicht dass ein paar gänge abgegangen sind uns ein bisschen orientiert haben diese ordentliche ich will ja verloren weil ich einfach mir über die woche ich überhaupt nichts merke was so an gängen ja angeht ich bin immer sehr froh dass ich von punkt zu punkt auf der karte springen kann ich hatte gerade schon mal diese folge begonnen er hatte dann einen absturz aus gründen die ich nicht nennen kann mein computer natürlich auch nicht weil die windows fehlermeldungen sind so hilfreich wie eine dritte socke aber ich habe festgestellt gleich schon mal diese ansprache in den schrank gehalten habe oder eigentlich nicht diese aber eine ähnliche anfangs ansprache das ist eigentlich völlig egal ist wie lange ich in diesem schrank sitze was er den trotzdem die ganze zeit herum kauft und mich dann doch irgendwann bekommt was machen wir also wir gucken trotzdem wieder auf die karte um euch ein bisschen wieder eine orientierung zu geben wir sind dabei wo ist der verdammte art der mauszeiger ist ein traum wir sind dabei die korridore abzusperren zwar in den vorratsspeicher und zum anderen das treppenhaus das sind zwei türen vielleicht noch drei türen ich weiß nicht mehr genau wir haben auf jeden fall zwei habe ich kann mich noch auf jeden fall drei erinnern zwei abregungen gefunden es kann auch sein dass es drei waren ich bin mir nicht mehr sicher aber zwei kann ich mich auf jeden fall erinnern ich weiß nicht mehr wo sie genau sie waren aber egal und ich habe gerade gelesen steht hier schließen sie alle fluchtwege auf dem weg zur server farm ehe sie die kreaturen dort einschließen dass er dort einschließen das heißt dass ich offensichtlich server farm zuletzt abschließen sollte nicht wahr die frage ist nur wo ist die server farm das ist eine sache was jetzt gerne machen würde ich würde das treppenhaus gehen und da versuchen irgendwas zu richten was ich aber noch vorher gerne machen würde ist erstmal escape drücken dann cool das war nicht das was ich wollte genau und ich würde ganz gerne einen geräuschmacher ausprobieren oder einen flammenwerfer gut das war nicht das was ich wollte aber ein geräuschmacher ich will kann man nicht einfach da geräuschmacher ich kann wirklich nur hoffen dass es irgendwie funktioniert ich will die verdammten rüber nicht will der ist okay so das viel soll es jetzt hoffentlich alter androide geräuschmacher und alles ist richtig jetzt schon auf ich hoffe das bringt irgendwie geräuschmacher ist weg schlecht wenn geräuschmacher weg ist ist frau ripley auch bald weg ich werde versuchen trotzdem erst mal ein bisschen weiter höher zu kommen übrigens weil sie gerade noch festgestellt hat während des kurzen spiels dass der android hier gar nicht mal feindlich war ich dachte immer dass die hier irgendwie alle gemein und böswillig sind ich meine das sind sie wahrscheinlich wirklich immer noch sie waren wahrscheinlich wohl wahrscheinlich nur der sicherheit wiegen aber gegenwärtig war hat er richtig angegriffen so hier ist letztes mal abstoß ich hoffe nicht dass es wieder passiert hier war schon wieder ein alien oh kann ich was machen auf terminal zugreifen ja toll er ist praktisch draußen ich verharre in ruhe kann ich hier irgendwo reingehen kann ich nicht sehen keine ahnung super ist eigentlich irgendein zugangsschacht da kommt das viel durch die tür wahrscheinlich sieht auch hier noch irgendein zugangsschacht da ist einer ich will egal ob ich dieses terminal kurz mal angreife also in angriff nehmen das mache ich eigentlich ja ich probiere es mal aus komm ist irgendwas wichtiges worauf ich zugreifen müsste sicherheits nein guten tag gehen sie weg ach du scheiße ja halt super funktioniert ich soll auf jeden fall weiter hallo kann ich jetzt mit kind nehmen oder ist das irgendwie erhalten aktivieren ja bitte wieso komme ich hier nicht weiter oh flammer verüben das ist ganz gut ja ich habe hinten so ein ding gesehen ich würde gerne wissen was das hier bringt kaution bringt es das heißt hier habe ich schon was abgeriegelt das ist gar nicht mal schlecht das heißt falls ich gleich wieder sterbe was bestimmt nicht passieren wird kann ich wieder äh diese aufzeichnung für alle die nicht hier waren als es passiert ist ich weiß nicht wer entkommen ist es gibt einige leichen aber die anderen verschwanden durch die lüftungsschächte einer nach dem anderen ja leck mich doch die türen waren verschlossen aber die lüftungsschächte an der decke waren offen es gab kein entkommen und kein erlöser fast wie ein fuchs im hühner stall wir beide haben zwei möglichkeiten auf der einen seite gibt es im einkaufszentrum ein lager befreundeter die den marschel zu bauen und auf der anderen ist Sinclair und seine idioten crew mit deren waffen irgendwo im wohnbereich ich bezweifle dass sie es eine woche aushalten das blöde viel ist doch hier je nach der kiste ich bitte euch er steht da ich hoc hier ja super oder wie ne ist es nicht ach es ist wieder rausgerannt ok gut wie auch immer ich es geschafft habe hier zu überleben aber ich habe es geschafft ok ich weiß auf jeden Fall schon erkenntnisgewinn ich muss hier nicht mehr rein das nächste mal wenn ich nachdem ich gleich gestorben bin wahrscheinlich gehe ich also in die etage höher diese abriegelung ist fertig hallo junger android bitte lassen sie mich in ruhe das ist ok diese tür ist verschlossen das ist für mich völlig in ordnung dieses loch da oben macht mir zu schaffen ich gehe trotzdem erstmal hier durch so folgendes wo kann ich kann ich hier vielleicht irgendwie speichern zum beispiel hier ist zum beispiel ein terminal und da ist vorratsspeicher guck mal an ich habe hier ein terminal letztes Mal wurde ich ne ich wollte doch letzte Folge wurde ich schon mal irgendwie getötet oder vorletzte Folge und da kommt Herr Alien hinter mir ja ok so der Vorratsspeicher regeln Sie den Kern des Vorrats ne die Korridors Vorratsspeichers ab der Vorratsspeicher ist irgendwie hier ok wie regle ich aber das Teil jetzt ab ach guck mal hier ist die Lobby ok wir haben jetzt hier drei Terminals ich nehme an die haben alle irgendwas wichtiges für mich parat ich will kurz mal nachladen die Zeit kann ich mir ja kurz mal nehmen das Alien ist ja nur hier ich habe gerade wieder was aufgesammelt hier das Alien ist hinter mir und da vorne ist was soll das sein ist das da vorne ein weiteres Gerät was ich absperren könnte vielleicht mache ich das mal ich habe mich am besten von irgendwelchen Türen fern damit ich die ganze Zeit auf und zu gehen ah die geht eh nicht auf hier müsste ich Strom wieder herstellen wo kann ich hier rein hier kann ich wo kann ich sonst wo rein keine Ahnung aber ach guck mal Kart aktualisiert sehr gut wo komme ich hier rein hier komme ich in einen komischen Korridor des Todes das ist schon mal sehr schön gut ok das da gibt mir zu denken also diese Doppelung hier ich werde ganz kurz mal hier erst mal ein bisschen was mitnehmen dann den Getöse hier zuhören von dem Elde was sich da drüben befindet ok und jetzt mal hier anfangen rechte laupte linke Maustaste gleichzeitig dann drücke ich D statt A das weiß ich noch vorratsspeicher verschlossen ok regelt ihr den Korridor zum was Serverhub was auch immer vielleicht gleich hier regelt ihr den Korridor der Serverhub Rezeption ab wie komme ich jetzt dahin ist die Frage muss ich jetzt wieder hier durch oder muss ich irgendwie hier durch na komm wo schälst du dich hier raus hässliches Drecks Alien da oben bist du irgendwie ja dann gibt es eigentlich für mich keinen großen Grund hier zu bleiben aus Arte bis gleich hier drin ein Ladungspack was ist hier oh versteckt halten kann ich mich hier vielleicht kann ich nicht hier kann ich jetzt einfach gucken wo ich mich eigentlich hinbewegen möchte so hier kann ich noch nicht rein aus irgendeinem Grund ähm ok das heißt vielleicht dass ich entweder hier wieder runter muss aber ich wüsste nicht genau wo ich dann da hin sollte hier kann ich glaube ich noch nicht rein oder kann ich da rein kann ich jetzt da irgendwie rein das wäre ja vielleicht was aber ich nehme da war nicht irgendwas mit Strom wieder herstellen hier drüben ich werde mal gleich mal hier gucken ob ich da irgendwie rein kann ok Alien scheint gerade nicht unterwegs zu sein hier hier ist eine Schlüsselkarte benötigt Schlüsselkarte finde ich immer super leicht ich habe fast zu viele Schlüsselkarten bin ein bisschen angespannt gerade Arschloch Arschloch Tür so ich glaube ich muss hier jetzt hoch hier wollte ich zumindest hoch oder ja so da oben komme ich aber nicht weiter ok das ist abgeriegelt äh das heißt ich gehe ich kann hier nicht raus ahahaha super ich habe mich gerade selber eingesperrt oder was ja das heißt das sollte ich vielleicht doch nicht gerade zuerst öffnen kann ich nicht wieder öffnen ok merken wir uns dass es vielleicht nicht sinnvoll ist zuerst zu öffnen ich kann es aber auch nicht ändern haha super ja dann bleibt mir nicht viel anderes übrig bist du tot oder schläfst du nur ähm dann bleibt mir auch nicht viel anderes übrig als jetzt entweder hier raus ja jetzt können wir hier rausgehen wo ich den Schacht habe das werde ich natürlich nicht tun weil ich ja nicht bekloppt bin solange Alien hier rumspringt werde ich nicht durch irgendeinen Schacht kreddern ah ja das älter ist ja auch im Treppenhaus schön und macht er seine Aufwertung mhm das kommt ja nicht raus ne mhm ist eigentlich gut dass ich ein wildes Tier einsperre einen schlimmen Jäger während ich selber im Käfig stehe das ist eine richtig gute Idee ich will auch die Ripley schicken ah schick mal die Ripley ah ja aber der Androids ist der andere okay die alte Kacktante los ab ey aus meiner Sicht könntest du jetzt gehen wenn du wolltest ja genau sein aber im Bericht an Apollo vielleicht unternimmt Apollo mal gegen das wie irgendwas es ist noch hier es weiß dass ich hier irgendwie bin irgendwas ist hier passiert das merkt schon jetzt bin ich mit dem Vieh hier drin aus meiner Sicht kann sogar wieder rausgehen hä hat da oben dahinter das Alien ach komm was soll der Geiz auf Terminal zugreifen ich will mal gucken ob ich irgendwas umsteuern kann oder sowas oder irgendwelche Informationen bekomme privat sehr gut Lars sehr sehr gut der geborene Hacker erstmal direkt wir alles anbrechen vor lauter Panik verschwunden okay ähm plündern Code sehe ich nicht freigegeben Fehler Audio Fehler Zug alles Fehler tut mir leid ich lese sehr sehr gerne Loks das wisst ihr aber ich habe jetzt hier gerade nicht den richtigen Nerv dafür so die Frage ist aber wo soll ich jetzt gerade hin genau ich gehe jetzt hier wieder rein ins Treppenhaus das andere bleibt mir kaum übrig gar nicht übrig genau genommen und hier habe ich auch keine andere Möglichkeit als wieder runter zu gehen hat es jetzt vielleicht eine Tür geöffnet die ich noch nicht vorher öffnen konnte das Duschen immer offen shit ich höre schon wieder schlimme Musik ja ich weiß danke für dieses tolles Ziel ja komm es tont doch hier oben irgendwo rum das höre ich doch man verbringt relativ viel Zeit in diesem Spiel damit auszuharren und zu horchen und seltsame Leute an sich vorbeilaufen zu lassen okay guck mal das Ding leuchtet doch grün sie tragen einige sehr gefährliche Gegenstände mit sich link und rechte Maustaste halten jetzt drücke ich D nicht A das konnte ich vorher glaube ich nicht das ist ein guter Schacht weil da kann kein Alien rauskommen ein freundlicher Schacht praktisch so die Frage ist wo genau befinde ich mich hier eigentlich gerade oh hier war ich glaube ich noch nicht hier gehen sie den Korridor der Serverrezeption ab ja das ist ein Böser Schacht sie sind bereits verbunden es gibt einen Nogierungsbefehl mit dem sie die Notfallabriegelung einleiten können er ist im Terminal hinter der Rezeption ja hier war ich doch schon mal Ladungspack kann ich gerade nicht einsammeln ich kann mich aber hier verstecken oder Entschuldigung höre ich gerade hier irgendwas ich meine ja schon oh hier war ich schon mal wirklich ich kann noch kurz aufs Terminal zu so äh hab ich hier Code irgendwo rumliegen Moment äh ne Spiel vorsetzen ist schon okay äh kurz erstmal zurück während ich hier auf meinem Schreibtisch nach einem Code gucke sollte ich vielleicht mal ähm mich versteckt halten gibt ja keinen Grund hier offen rumzulaufen nicht dass es im Code war nicht mehr nur kurzzeitig mal gemerkt habe ich habe gerade ein Passwort von mir gesehen für einen Online-Account der lustigerweise ebenfalls mit diesem Spiel zu tun hat witzig was haben wir hier eine Kundennummer von O2 das ist ganz schön ist mir aber egal gut ähm hab ich irgendwas noch im Kopf habe ich sowas wie ein Journal ich glaube nicht okay dann weiß ich gerade wirklich nicht warte mal war irgendwas? dann weiß ich gerade wirklich nicht was der Code sein könnte habe ich irgendwie Bewegung oh ja so ladungspack ist offenbar gerade egal vielleicht finde ich zugänglich dass der Code direkt hier drin ist wäre super so audio privat fehler gehackt Franko ich habe mir die undichte Stelle im Archiv angesehen ich bin dir ziemlich sicher dass es ein Hardwarefehler ist die ARIES Systeme sind zu alt auf die für die richtige Integration in komplexe Programme wie Apollo ich habe doch was anderes entdeckt es sieht aus als hätte jemand in den letzten paar Jahren auf persönliche Nachrichten und Kameraaufzeichnungen zugegriffen Vorstandsetage äh sogar das Marshall Büro wurde gehackt sag ihnen der Name Ransom was nein Zubehör ist gesperrt Ordner Code oh da haben wir das doch äh 7789 Umgehungsprogramm Ripple ist alles bereit lassen das Programm laufen um sicherheits Ordner zu öffnen ich nehme an es wird achso ich muss nee ernsthaft äh 7789 Abspielen Jus Ransom hier ich habe ihre Anfrage erhalten ja ich war in unserem Übertragungsrelay Archiv und habe einige entschlüsselt ich suche nach Crewlogs die vor einiger Zeit über Sevastopol geleitet wurden ich verstehe dass sie sich Sorgen machen aber das ist alles Schnee von gestern ich muss nur ein paar Dinge in Erfahrung gut dass ich hier drin bin übrigens ein Routine-Datenübertragungspaket aus der Randzone von Tedus bevor ein Schiff die Heimreise antrat nichts weiter besonderes aber es muss ja trotzdem niemand sonst davon Bescheid wissen oder nicht wenn sie den Mund aufmachen wird das Konsequenzen haben ich meine es gibt vieles das Marie nicht weiß oder lassen sie sie entschlüsseln und geben sie mir Bescheid wenn es erledigt ist es muss nicht eskalieren so danke dass du hier warst Alien du kannst dich jetzt wieder verpissen weil ähm du bist offensichtlich aufgrund dieser Audio-Nachricht hergekommen wenn wir übrigens mal aufschreiben dass der Code 7789 ist das macht die Sache einfacher 7789 ja du bist noch hier drin wollte ich gerade sagen ich werde hier nicht rauskommen bevor du äh eh du nicht hier rausgegangen bist was war das denn gerade ich nehme an das war ganz gut sowas wie ich bin gerade weggegangen die Nachricht so ein Terminal hinter der hinter dem Tresen oder was hast du gesagt aber hier irgendwie rechts eigentlich ist diese Tür verschlossen und ansonsten kann ich hier kann ich noch was machen Zubehör ist gesperrt freigegeben Umgehungsprogramm habe ich jetzt irgendwas gemacht hier also es gab zumindest ein Geräusch Tür ist ver- danke ist die Tür verschlossen das ist mir aufgefallen äh wäre mich total doof ich raffe gerade gar nichts muss ich mal wieder hier rein weil ich denke doch ein Alien ist hier ganz in der Nähe ich hätte wirklich gerne hier einen Speyerpunkt das muss ich ganz klar mal sagen weil es ja doch durchaus ein relativ langer Weg hierher aktivieren Sie Ricardos Umgehungsbefehl das habe ich doch getan das ist gerade wieder abgehauen das habe ich doch gerade gemacht hier freigegeben Zubehör achso Ablehnung okay einmal das Riccardo und die Serverfarbe ist wahrscheinlich ah ist wahrscheinlich so hinter mir mal schauen ob ich mich irgendwie auf dem Weg nochmal verstecken könnte das wäre ganz gut schlecht schlecht das war nicht so gut jetzt haben wir noch irgendwas mit Gas noch oder bin ich verrückt kurze Frage was ist die Serverfarm hier links ist die Serverfarm und rechts ist irgendein anderer geiler Scheiß wahrscheinlich ich habe am Terminal in der Serverfarm eine Notfallabriegelung eingerichtet Sie müssen sie dort auslösen und dann rauszuhalten ich will Ihren Ausgang offen halten bis Sie durch sind und dann die Falle schließen danke so hier ist die Serverfarm ab ich muss also durch diesen winzigen Korridor wäre aber ganz cool wenn ich noch irgendwie einen Speicherpunkt hätte bis dahin ist das der Android oder wer ist das hier vorne ich höre kein Gestapf also müsste es der Android sein ja sieht gut aus dann gehe ich also mal ein Stück weiter Geräusch mache Version 2 okay und was zum Speichern Gott sei Dank vielen vielen Dank liebes Spiel und ich danke auch euch für eure Aufmerksamkeit denn ich mache kurz mal einen Schnitt und wir sehen uns gleich wieder bis dann